Bei Townsend Medical bieten wir zwei Methoden zur Brustvergrößerung an. Mit Implantaten und mit Eigenfett. Bei Vergrößerung mit Implantaten wird mit individuell für die Patientin ausgesuchten Silikonimplantaten die Brust direkt auf die gewünschte Größe und Form vergrößert. Dabei setze ich in erster Linie auf den deutschen Premiumhersteller Polytec. Bei Eigenfett wird überschüssiges Fett vom Bauch, Oberschenkel oder den Hüften abgesaugt und aufbereitet in die Brust verteilt. Große Formveränderungen können nur mit Implantaten gemacht werden. Die Eigenfettmethode ist für Patienten, die keinen Fremdkörper haben wollen und nur eine moderate Vergrößerung wünschen, sie ist wiederholbar. Eine Sonderform stellt die Kombination beider Methoden bei der sogenannten Hybridmethode dar. Wir führen über 150 Brustvergrößerungen pro Jahr durch. Somit ist es der häufigste Brusteingriff bei uns. Wir sind dankbar und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen unserer Patientinnen. Falls Sie über eine solche Operation nachdenken, dann vereinbaren Sie bei Frau Dr. Muttermiede oder bei mir ein Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Sie.